fünf wichtige änderungen für rentner im april 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die ja jeden monat ist es ja immer das neue dass es änderungen gibt für rentnerinnen und rentner arbeitnehmer und viele andere personengruppen und ich habe mir mal die fünf wichtigsten änderungen für den april 2024 rausgesucht ich kann ihn leider aktuell heute ist der 13 märz 2024 noch gar nichts zum thema rentenerhöhung 2024 sagen da warten wir sozusagen noch auf die zahlen vom bundesminister für arbeiten soziales ansonsten hätte ich ihnen die ja schon längst bekannt gegeben aber meine damen und herren starten wir einfach mal in die fünf änderungen es gibt da wirklich eine ganz kuriose geschichte das sage ich ihnen dann zum entsprechenden zeitpunkt also legen wir einfach mal los fünf wichtige änderungen die erste änderung und zwar ist es die zahlung oder der antrag auf bewilligung freiwillige beiträge zur rentenversicherung nach paragraf 7 sozialgesetzbuch nr 6 das ist für das jahr 2023 normalerweise bis zum 31 märz 2024 möglich da aber der märz 2024 der 31 märz sie wissen dass der ostersonntag ist ist das ein ja ist der fristablauf an dem tag sozusagen nicht gegeben sondern wir müssen runter springen rüber springen zum ersten april das ist kein april schatz sondern das ist der ostermontag und da der ostermontag aber der zweite gesetzliche osterfeiertag ist bundesweit gilt dann die reglung dass der fristablauf für diesen entsprechenden antrag am 2 april 2024 dann erfolgt das heißt also sie können noch bis einschließlich 23 uhr 59 zugangs befristet bei der deutschen rentenversicherung oder anderen rentenversicherungsträger einen antrag auf zahlung oder bewilligung der freiwilligen beiträge für das jahr 2023 stellen sie können auch noch de facto an diesem tag die entsprechende zahlung vornehmen wenn da noch was offenes aus 2023 ich würde es aber nicht darauf ankommen lassen sondern sie stellen bitte den antrag wenn sie das möchten jetzt noch bis zum 31 dritten wenn sie es am 2 april machen wollen dann müssen sie bitte dafür sorgen dass sie den zugang des antrags bei der rentenversicherung auch nachweisen geht der antrag am 3 april rein ist die sache erledigt ja schauen wir uns das mal an was gibt es als nächste änderung im jahr 2024 und zwar die zahlung der rente und zwar der die zahlung der april und mai rente das erfolgt am 30 24 24 das ist ein dienstag das ist der letzte bank arbeitstag im monat april 2024 sie wissen ja dass der erste fünfte 20 25 2024 ein bundesweit einheitlicher feiertag ist tag der arbeit der märz zahltag das hatte ich ihnen ja auch gesagt das war etwas kurios ist der 28 dritte 2024 gründonnerstag bei der freitag der k freitag ein gesetzlicher feiertag ist das ist der erste osterfeiertag in dem langen oster wochenende im märz 2024 ja schauen wir uns mal an wie geht es dann weiter mit der dritten änderung und zwar ändert sich zum ersten 24 24 das elterngeld ja es ist leider so bundeshaushalt muss kohle sparen die einkommensgrenzen für paare werden dann gesenkt und zwar von 300.000 euro auf 200.000 euro also das heißt paare die 200.000 euro insgesamt einkommen haben die bekommen dann kein elterngeld mehr die einkommensgrenze für alleinstehende wird von 250.000 auf 175.000 euro gesenkt dass man nur so nebenbei schauen wir uns jetzt mal die vierte änderung an und hier wird es ganz interessant und zwar geht es um die frage wer welche geburtsjahrgänge können mit welcher rente am ersten vierten 24 erstmals in rente gehen bitte das wort erstmals in rente gehen und da haben wir die regel altersrente das ist die sogenannte reguläre rente ja sie kennen das reguläre rente da haben wir den geburtsjahrgang vom 2.3.1958 bis einschließlich ersten vierten 1958 die können mit glatt 66 jahren vollendung 66 lebensjahr abschlagsfrei in die regel altersrente gehen antrag stellen natürlich dann haben wir die altersrente für langjährig versicherte die können gehen mit geburtsjahrgang 2.3.1961 bis zum ersten dritten 1961 das sind alles die leute die dann in dieser zeit entschuldigung nicht erst der dritte 61 sondern 31.3.61 und das sind alles die leute die dann in diesem zeitraum den entsprechenden 63 oder das entsprechende 63 lebensjahr verenden und die haben dann das große pech 12,6 prozent abschlag dann haben wir die altersrente für schwerbehinderte menschen und da können die geburtsjahrgänge in rente gehen erstmals zum ersten vierten 24 2.7 1962 bis einschließlich 1.8 1962 auch hier sozusagen die höchststrafe in abschlägen 10,8 prozent aber jetzt wird es wirklich interessant ich habe ja eine altersrentenart mal ausgelassen und das ist die altersrente für besonders langjährig versichert wie sie ja aus meinen früheren videos entnehmen konnten hatte ich ja da auch schon mitgeteilt also da ging es um die änderungen im märz 2024 dass die geburtsjahrgänge vom 2.12.59 bis zum 31.12.59 abschlagsfrei am 1.3.24 in rente gehen konnten und zwar mit vollendung des 64 lebensjahres und zwei kalendermonate so jetzt haben wir natürlich ein problem jetzt gehen wir mal einen tag weiter der geburtsjahrgang 1.1.1960 kann der jetzt zum ersten vierten 2024 abschlagsfreien rente gehen nein warum nicht hier gibt es eine kleine änderung das heißt also dieser geburtsjahrgang 1.1.1960 kann erstmals mit vollendung des 64 lebensjahres und vier kalendermonate in rente gehen und da am ersten ersten oder am ersten vierten 2024 dieser tag noch nicht vollendet ist kann also dieser geburtsjahrgang 1.1.1960 nicht am ersten vierten 2024 erstmals da in rente gehen sondern der geburtsjahrgang 1.1.1960 kann erstmals zum ersten fünften 24 in rente gehen das heißt also wir haben zwischen dem rentenbeginn ersten dritten 24 und rentenbeginn ersten fünften 24 den rentenbeginn ersten vierten 24 und der ist in dieser altersrentenart beim erstmaligen beginn dann in dieser konstellation nicht möglich meine damen und herren die geburtsjahrgänge vom zweiten ersten 1960 bis zum 31 1.1960 können dann erstmals am ersten sechsten 24 abschlagsfrei in rente gehen ja last but not least die fünfte änderung im april das dürfte alle diejenigen freuen die sich auf cannabis spezialisiert haben da gibt es die cannabis legalisierung zum ersten vierten 24 da ist ja der besitz und der konsum ab ersten vierten 24 unter gewissen einschränkungen ja ich habe schon mal die hand hoch straffrei erwachsene können also erwachsene natürlich auch erwachsene rentner aber bitte nicht halbweisen rentner die unter 18 sind können bis 25 gramm cannabis straffrei als eigenbedarf haben der private eigenanbau ist bis 50 gramm möglich oder drei weiblich blühende pflanzen ich habe also noch nie drei weiblich blühende pflanzen gesehen müsste ich mir auch erstmal angucken was das sein soll oder wie die aussehen strafbar ist der besitz ab 30 gramm im öffentlichen raum und der besitz ab 60 gramm im privaten raum wie das nachzuweisen ist ist nur noch ein kleines rätsel aber meine damen und herren das sind sozusagen die fünf wichtigen änderungen im jahr im april 2024 da wo ich sozusagen eine eine nummer oder ein eine zahl vergessen habe das habe ich ja in dem video dann extra auch noch benannt das bitte ich zu verzeihen aber letzten endes haben sie hier auf den folien einfach mal einen schönen überblick was im april 2024 alles so los ist näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenscheid 24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel